Was passiert, wenn der mächtige Vampir Vladislaus und Greg, der Werwolf, ein Baby bekommen? Okay, Greg hat gerade was anderes zu tun. Wir holen dich erstmal in die Familie. Greg und Vladislaus sind männlich. Da muss ich etwas Abhilfe schaffen und das im Cast. Hier siehst du übrigens, wie meine Version von Greg aussieht. Interessante Gesichtszüge und ich denke, wir sollten es so machen, dass du schwanger werden kannst. Genetisches Experiment mit Vladislaus natürlich. Und ich finde, wir sollten bei einem Sohn bleiben. Ich will hier dreimal würfeln und es ist ein Werwolf geworden. Wahnsinn. Okay, du hast sehr viel von Vladislaus. Mal schauen, was ich aus dir herausführen kann. Du hast auf jeden Fall sehr viele Muskeln. Das ist Jack Straut. Wie findest du das Ergebnis? Vielleicht die Genetik verändert. Er ist ein Partylöwe und selbstsicher. Dein Bestreben ist, eine Vampirfamilie zu bekommen. Aktuell ist er ein Werwolf. Nimmst du diese Challenge an, du findest ihn in der Galerie. Morgen Dancing.